Pompfritz Dann gibts erstmal Pompfritz Dann gibts erstmal Pompfritz Dann gibts nochmal Pompfritz Dann gibts noch einen Stand Dann gibts noch etwas Pompfritz Noch peutois Ich hatte doch gerade einen Lopfwitz in der Hand. Ich habe einen Lopfwitz in der Hand und ich habe einen Lopfwitz in der Hand. Okay. Ich habe einen Lopfwitz in der Hand. 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 Ich bin ja noch beim Bäume weghauen hier. Ich habe einen Lopfwitz in der Hand. 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 Ja, hierher. Oh, ja. Das kann ich nicht gut hier, also das ist auch schon wieder, das ist auch schon wieder Bäume im Weg. Okay, so, was haben wir denn noch, noch etwas Schönes, haben wir schon, die sind alle da. Haben wir hier etwas Neues gekriegt? Nein. Hm. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ach komm doch, bleib doch gemedig, warum passt sie nicht weiter unten? Ist natürlich sehr steil auch, ne? Aber ich würde mich hüten das jetzt weg zum Schrapper, dann kann ich mein Geld gleich wegschmeißen. Soll ich das wegschmeißen? Soll ich das wegschmeißen? Soll ich das wegschmeißen? Oh! Oh! Ich bin auf der Bench. Heckenlaborator ist ja Wahnsinn, Heckenlaborator, da bin ich ja schon so heiß auf den Bestenkt. So, wie sieht es denn erstmal aus? Stehen sie überall noch an? Woops. Woops. Das ist schon wieder, oder? Was ist das für ein Scheiß? Wo sind denn meine Boote? Los, rutsch! Rutsch! Leckermilio, was mache ich denn nun? Seh hin. Äh, ja, ja, ja. Oh, das geht ja nicht. 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 Oh, oh. Oh, das geht ja nicht. Oh. Oh, das geht ja nicht. 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 Das ist ja ein kleiner Anlasspunkt, das jetzt.